willkommen ihr lieben zu einer folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten ja und ihr habt im titel gesehen event mit spender truppen ja event mit spender truppen kann man mal machen ihr wisst selber ich bin so einer der so ein bisschen ich mag es eigentlich nicht wenn ich weniger gut spenden als schlecht spenden habe nicht schlecht spenden kann man das nicht sagen sondern wenn ich eigentlich mehr bekomme als ich receive das ist oftmals in meinen streams so denn dort komme ich fast so gut wie gar nicht zum spenden sondern fordere immer nur forder 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 und auch im letzten stream am samstag habe ich ohne ende gefordert lag auch daran dass ihr mir natürlich eure armee hier vorgegeben habt das war jetzt noch ein bisschen an den kanalpunkten auf twitch ich hoffe das hat euch ganz gut gefallen diese punkte verteilung die ich da ein bisschen getroffen habe guckt mal rein dann lernt er das kennen link ist auf jeden fall in der beschreibung unten drin und vielleicht könnt ihr euch auch mal eure traumarmee aussuchen die ich dann für euch bespiele oder vielleicht landet ja auch in meiner friendslist weiß ich nicht wer da genug punkte ansammelt der landet mal für eine woche in meiner fans ist wieder longenius hier und der hat sich das nämlich ich nenne es mal so frei gekauft mit seinen punkten die er bei mir so ein bisschen durch lockeres stream schauen verdient hat und die laufen natürlich auch gefahr dass ich dann ab und zu mal rein gucke ja das muss man ganz klar fairerweise zu sagen also ihr seht nicht nur was ich so ein bisschen mache was ich vielleicht aufnehmen womit ich gerade angreife in welcher liege ich mich gerade aufhalte und warum vor allen dingen und sondern ihr seht auch manchmal so ein bisschen andere sachen oder das habt ihr das habt ihr jetzt nicht das habt ihr doch gehört das muss ich ausmachen das habt ihr doch gerade gehört und sondern ihr lauft natürlich auch gefahr dass ich mir ab und zu mal anschaue was macht ihr denn eigentlich so ist nun mal so und so habe ich mal so ein paar mehr freunde ich habe ja eigentlich auch nicht zu feuer verbergen aber ich habe ja immer gesagt wenn ich jetzt jemand in meine friendslist aufnehme dann nölt der andere so den hast du aufgenommen und mich nicht das ist jetzt auch eine faire sache geworden denn mit so ein paar kanal punkten könnte hier in meine friends ist reinkommen ihr müsst es dann nur freischalten so muss ich mal sagen ich habe mir da ein paar gedanken gemacht müsst ihr immer ihr müsst ein bisschen auf twitch aktiv sein um das ganze auch ein bisschen zu verstehen muss man dazu sagen denn ich arbeite auch dort stetig an meinem kanal stetig an meinen streams um sie für euch zu verbessern um sie für euch attraktiv zu halten so dass wir immer ich will es mal so sagen so ein bisschen spaß haben mal gucken ob der lang genius hier vom klaren senfgurken gmbh sein spaß am an dem ratus hat an der bilder hall hat er noch okay hat er noch gerade so gepackt mit zwei stern ja und so gucke ich hier halt was so geht aber warum geht es eigentlich hier mit spendertruppen los ihr seht hier meine armee die ich gerade am start habe und die ist noch ein bisschen spenden mäßig denn hier im moment oder sehr häufig im rathaus 13 bereich kann man ja 45 truppen spenden und so habe ich ein ice golem ich habe neun hocks ich habe ein paar von den yetis ich habe ein pecker dabei ich habe ein paar loons hier fehlt eigentlich jetzt der elektro drache den habe ich dann in der nächsten armee und damit wollte ich eigentlich das rathaus event hier machen das ist aber gar nicht mal so einfach habe ich festgestellt ich bin deswegen extra gedroppt um halt so ein bisschen mehr rein zu fahren hier denn meine bauarbeiter werden jetzt so nach und nach etwas schneller fertig und deswegen habe ich gedacht ich mache mal ein bisschen was mit der armee hier sie ist noch ein kleines bisschen vermindert das ist schon schicker lot ne alles habe ich nicht mit meiner armee leute den muss ich weg klicken alter der ist auch so schick man 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 okay den kann ich auch nicht weg klicken jetzt also ich kann ja alles machen aber nicht alles weg klicken und ich habe auch morgen dabei das heißt wir kommen in jedem fall mit unserer queen hier irgendwo in die base rein und mal gucken wie wir uns hier mit diesen truppen so halten können muss man mal so sagen denn so genau weiß ich es auch nicht ich nehme mal hier ich weiß nicht was in der klanburg ist das kommt noch dazu ich weiß nie was in der klanburg ist oder eher sehr selten was in der klanburg ist und hier setzen wir mal die eine hexe und noch den ein pecker dann können die hier durch fallen meine queen reich jetzt schon mal und hier unten da muss der pecker jetzt durch die müssen da ein bisschen fallen und ich setze jetzt hier mal meine 99 hoggies das dazu das dazu king dazu worden dazu und mein sprung zu aber hier am rathaus mal sehen wir müssen das rathaus eigentlich kriegen denke ich mal das ist eigentlich nicht mein ort der begierde das rathaus sondern die ressourcen sind natürlich der ort der begierde hier um hier die maximale anzahl an ressourcen rauszuholen mal sehen ob mir das hier ganz gut gelingt der adler ball hat er immer noch hier kann ich jetzt allerdings auch zwei gebäude einmal friesen den king müssen wir ein bisschen weg machen dort wir können hier hinten das dunkle noch machen und dann sieht das gar nicht mal so schlecht aus das sieht gar nicht mal so schlecht aus hier mit der spenden truppen armee ich habe die so ein bisschen oder so relativ ähnlich mal nachgebaut für den nächsten angriff ob das funktioniert weiß ich nicht ich habe da ein bisschen was drin was ich eigentlich immer wieder testen wollte aber dunkles haben wir hier gepackt und auch ein bisschen gold und elixir wollte das dunkles auf null für den nächsten hellen level für die gladiatorin beziehungsweise für die nicht nicht gladiatorin für die royal champion und denn die soll in jedem fall weitergehen ich habe gerade ein boost am laufen ich wollte den auch ganz gut nutzen und den räumen wir hier absolut ab donnerwetter yeti und also immer noch pecker smash hier oder yeti smash ist verdammt stark muss ich gerade mal so feststellen gegen die ringbase hier mir schaut auch einer zu also das ist auch der kleine nachteil meiner friendslist jetzt wird gleich einer auf discord schreibe hat du hast du gut angegriffen okay kann man mal so machen aber ja cool gemacht hier den konnte ich jetzt nicht liegen lassen auch wenn ich immer mal wieder ein paar pokale droppe also ganz coole armee die können wir in jedem fall nachbauen ist also ein bisschen spenden truppen armee das muss ich ganz klar dazu sagen aber ich verspende sie dann auch ganz gerne und bleibe hier so ein bisschen am ball so dass wir ich habe heute keine lust nein das war jetzt am sonntag ich nehme jetzt ein bisschen eher für euch auf da müsste auf dem disco gucken warum ich am sonntag keine lust zum stream hatte ist ein bisschen traurige geschichte aber ich mir war nicht so nach feier und lustig laune und ist aber jetzt nicht ganz so tragisch also tragische schon aber ich denke mal es war das richtige dass ich am sonntag nicht online gekommen bin für euch ich hoffe das war jetzt für euch nicht ganz so schlimm denn ihr seht ja in jedem fall immer in der woche auch leisten zu mir also von daher werdet er reichlich sehen aber ich habe ja gesagt ich bin im boost habe ich euch angelogen ich habe euch geprankt nein ich wollte mit euch ein bisschen boosten um das event ein bisschen weiter zu spielen also den ersten das erste rathaus haben wir gemacht machen aber mal weiter mit den spender truppen und ich bin wirklich mal gespannt crystal 3 ist glaube ich eine ganz gute eine ganz gute range um hier sowas zu machen vor allem mit meiner nächsten armee aber ihr seht es auch an den armeelagern ist auch ein bisschen komisch also seid gespannt ich rekt kurz mal durch warte auf die truppen noch mal hier einfach weiter weiter geht's ihr lieben beim fröhlichen rathaus snacken hier auf der ebene und hier das ist zwar eine abgefarmte base ja mal gucken tesla und so die sind ja nicht abgefarmt hier sind ganz ganz schöne viele leichen und ihr seht was ich mal für truppen gebaut habe ganz selten ganz selten kann ich euch sagen batsch also ich habe ein bisschen batsch dabei klar die trolltesla stehen okay ein paar trolltesla stehen oh gott oh gott oh gott aber wir nehmen das rathaus mit das ist ja wirklich ultra billig machen wir auch ruhig hier mit den truppen der kleine mini tesla hier der tut uns jetzt auch nicht wirklich super weh hier oder schaffen wir das jetzt nicht naja okay gut übertreibt mal wieder ein bisschen dann müssen wir noch ein paar truppen mehr nehmen okay hätte so ein riesen vorstellen können aber ein paar ziele mehr nimmt er ja doch mit also vier stück hier und ich würde sagen wir batschen uns hier die ecke so ein bisschen frei so dass wir hier gleich mit unseren haupt farm truppen reingehen ich bin mal gespannt wie das so funktioniert ich lasse es jetzt erst mal so denn es ist mir ganz lieb so meine mauerbrecher hier mit rein an einem bombturm kommt macht das loch da auf jawohl wunderbar macht das loch da auf sorry leute das war natürlich nicht so gemeint so dann können wir hier den rest reinschicken der fahndel ist nämlich schon da und was wir so mit dem mit dem drachen machen das sehen das sehen wir gleich mal auf welcher ecke wieder nehmen queen hier mit rein den worten hier mit rein und den pecker nehmen wir hier auch mit rein ja okay dass der ist jetzt abgefahren ist aber nicht so schlimm das ratus haben wir schon gemacht also deswegen bin ich eigentlich auch ein bisschen runter gedroppt ich gucke mal gleich wo ich so meine loon schicken kann hier hinten ist ja hier außen ist ja mal wirklich gar nichts dann nehmen wir mal 12 und den hier einmal den drachen da ist der da ist allerdings der aber brauche ich eigentlich zauber ich brauche kein zauber schlecht meine truppen rasen die einfach mal so durch okay so stark ist also ratus level 13 meine herren geht ja gar nicht okay so ein bisschen damit ich will nicht sagen damit es ein bisschen schneller geht aber damit es überhaupt geht nehmen wir die kurz mal in gut dann habe ich jetzt auch nur ein zauber verbraucht und dann nehmen wir mal zwangsweise in worten und alle helden hier ja so kann man es machen so kann man es machen und so gefällt mir das vor allen dingen da kann ich diese armee einfach mal weiter bauen ja ich nehme ein paar ein paar badstruppen mit dabei ich wollte für euch auch noch eine folge aufnehmen mit 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 mal nur badsch auf ratus level 13 habe ich ewig nicht gemacht denn diese badscherei das eigentlich überhaupt nicht mein ding oder schon lange nicht mehr mein ding ich bin ja eher so ein bisschen kobold verseucht und gucke mal kann ich was enden kann ich nicht dann können wir die mal nachbauen jetzt habe ich wieder ich weiß ich verbrauche immer meine maschine viel zu teuer alles aber hier 1 2 1 ich habe jetzt nur ein gut glaube ich eben verbraucht der ist jetzt auch schon nachkommen ach der war in der quickarmee okay der war in der quickarmee dann haben wir hier schon mal 13 ich kann euch nur empfehlen macht dieses event hier denn sollten so ein bauhammer hier für lumpige 15 rathäuser ist echt günstig 400 ep gibt es auch noch dabei und ich kann das ding wirklich wirklich gut gebrauchen hier für meine base hier ich baue im moment übrigens die streukatapulte aus das heißt eins habe ich schon mal in angriff genommen und das zweite soll dann natürlich auch laufen oder ob ich erst eins auf drei mache die gehen ja maximal bis drei und dann erst den nächsten nehme weiß ich noch nicht so genau aber ich glaube dass es eine ziemlich starke defense geworden im rathaus level 13 bereich und deswegen will ich die jetzt erstmal hoch haben das wechselt auch immer mal gerne mal sagst du ja es muss erst die luftabwehr hoch dann sagen die einen mach mal erst das rathaus hoch und die anderen sagen mach die streukatapulte ich habe mir jetzt gesagt ohne dass es mir jemand gesagt hat macht die streukatapulte die mache ich auch kurz anfordern kurzer cut nächstes rathaus go ok meine armee schon wieder ready und es dauert echt nicht lange aber ihr seht da fliegt gerade ein zeppelin vorbei ihr seht da fliegt gerade ein zeppelin vorbei ich kann hier gerade nur drei loons spenden weil sonst passt das wieder mit meiner armee hier hinten nicht da fliegt gerade wieder ein zeppelin vorbei ich habe gar kein zeppelin fertig aber wenn glaube ich das zeppelin ich glaube wenn das zeppelin die der mauervernichter und auch der felsenwerfer gespendet werden dann sieht man die so durchs bild fliegen oder fahren allerdings sieht man noch nichts wenn die kaserne daher fliegt also da kann supercell noch visuell so ein bisschen nachbessern damit wir auch sehen dass apollo 13 hier kurz mal durch die base eiert hoxwood kaserne ck da muss ich eben mal da muss ich eben mal die hox nach vorne holen warte mal neun hox neun hox immerhin das ist auch eine ganze menge die ich jetzt mal gerade verspenden kann und einmal noch mal 1 2 3 ich bin ja noch im boost da geht das zeug hier auch echt schnell raus eben mal die hox nachbauen und einmal die loons die ziehen wir allerdings nach vorne weil von der gabi ist die clan buckee noch nicht ganz voll loons 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 so jetzt ist es voll und dann kann das hier weiter bauen also ich bleibe auf jeden fall spendenmäßig ganz gut am ball ja 1015 zum 820 das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus das sieht schon mal ein bisschen besser aus und ich habe meine armee ja trotzdem fertig und während ich hier so immer so ein bisschen suche habe ich ja dann auch die truppen wieder fertig 444.000 ich nehme hier mit was geht denn wir brauchen ja nur das rathaus das ist gerade im ausbau ich weiß immer noch nicht die frage habe ich die tage schon mal gestellt die frage habe ich die tage schon mal gestellt ein rad aus dem ausbau schießt das dann schießt das dann nicht gute frage nächste frage mal sehen ob wir die gleich beantworten können mal sehen ob wir die beantworten können ich muss noch einmal so der der minenwerfer eben schießen für meine mauerbrecher da gehen wir durch wunderbar meine queen war da auch schon durch okay dann lassen wir die erst mal ein bisschen laufen zwei heil habe ich jetzt okay da sind meine zauber nicht richtig nachgekommen okay zwei heil habe ich jetzt dann wuten wir die hier einmal wir nehmen einmal das hier einmal den und und die dabei was habe ich denn alles noch so im petto aber die können ja alle schon reingehen wir können ja schon reingehen hier meine truppe so einmal den hier die landung machen wir auch hier da habe ich jetzt glaube ich ich glaube ich habe jedes drin ich glaube ich habe jedes drin ging hinterher der überholt ja in der regel alle und hier hinten könnt ihr wieder rausspringen ihr lieben truppen ich vertraue vertraue euch mal ich nehme jetzt mal nur ein heil in der mitte mal sehen ob das auch reicht für die für so eine mitte außen geht das da da müssen wir hier eben mal ein bisschen mit den hocks nachhelfen auf der flanke das war jetzt hier unten so auf 9 uhr und dann schicken wir die weiter hier auf 9 uhr die gehen dann glaube ich richtung welche richtung gehen die hier nochmal ein heil okay die gehen auf den luft 4g das machen wir mal weg hier die bringen wir mal eben da rein und bevor meine queen stirbt nehme ich nehme ich sie jetzt schon mal dann habe ich mehr truppen in der base dann habe ich etwas mehr truppen hier müssen wir kurz einmal noch mal friesen dass dort die hocks den bogenschützen tour machen aber auch wieder easy peasy ring 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 base und farm das läuft ja richtig gut ich bin richtig begeistert heute abend dass das so gut klappt auch wenn meine truppen ich weiß gar nicht wie teuer die sind das war jetzt die eine farm truppentruppe und die andere farm truppen truppen sind ja etwas billiger lass mal gucken 311 ok ich habe aber auch genug und mein worden geht demnächst per hammer hoch das heißt also mal sehen ich weiß noch nicht wie die wie die reise hier weitergeht aber so könnt ihr dieses event hier ganz ganz locker spielen kurz mal ein bisschen boost und dann habt ihr das drei tage zehn stunden habe ich jetzt noch zeit ich hoffe die folge hat euch gefallen das war es erstmal von hier bleibt bitte am kanal dran und wie gesagt unten in der beschreibung ist der link zu meinem tisch kanal bleibt auf jeden fall am ball denn am mittwoch abend werden wir dort den community clan aufmachen free to play da ist die abstimmung jetzt schon gelaufen wie der clan heißt und ich habe mich auch um benannt also kommt ruhig rein beachtet dort den planer denn ich komme nicht immer unbedingt zu der uhrzeit und wie der planer ist manchmal ein bisschen er manchmal ein bisschen später ist immer ein bisschen unterschiedlich real life habe ich ja auch aber dort seht ihr zumindest meine stream zeiten und dann kommt er einfach kommt er einfach darum ich hoffe die folge hat euch gefallen wenn ja dann lasst mir jetzt nämlich am ende einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen glocke stellen sowohl auf youtube da unten als auch auf twitch dann verpasst ihr auch kein live stream mehr von mir und ich würde sagen bis dahin euer toto recht bis dahin bis dahin bis dahin